hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge daian wir sind hier immer noch bei dem sammler was sagen bei herr der ringe sieht ja eigentlich ganz cool aus wie das hier stein und zwischen bäume gebaut ist ja wir müssen das sammler tagebuch finden haben hier ja erstmal eine notiz die wir untersuchen müssen das tagebuch finden müssen und es dann zurückgeben müssen damit wir tauschen können gegen was auch immer ach halt wieder tut ich atme nicht nie habe ich durst jedoch trinke ich oha kann ich das bitte vergrößern das ist seine hütte warte mal das sind tierkreiszeichen oder so teilweise fische ich bin mir unsicher hat das was mit stier zu tun unendlich gut okay vielleicht finden wir an diesen orten irgendwas weil an sich übersetzen kann ich sie noch nicht aber es gibt hier gerade auch noch nicht viel platz sind hinter der hütte stimmt ja aber wir können ja hier schon mal weitergehen weil hier dahinter haben wir direkt so ein dreieck vielleicht finden wir zumindest irgendwas wo dieses dreieck drauf gezeichnet ist ach da hinten ach wisst ihr was könnt ihr euch noch an den stein am strand erinnern an hohen turm shit wo kriege ich jetzt so schaufel her wir haben doch nichts zum graben ne mit der brechstange können wir garantiert nicht graben verdammt bringt uns dann jetzt auch relativ wenig weil hey vielleicht finden wir doch unterwegs was sind halt neue orte da bin ich ein bisschen neugierig auch wenn ich keine schaufel hab ich doch so durch hey wieso hören wir dem wasser okay da geht es zumindest runter sollen die steine wasser darstellen ach so sind auch so ein halb ausgetrocknetes flussbett ich würde jetzt wirklich mal interessieren wo verdammt noch mal hätten wir die schaufel finden können zum bauen haben wir die schon mal übersehen ähm oh ähm ja vielleicht sollten wir hier nicht so öffentlich rumlaufen könnte kritisch werden ich bin mir jetzt nicht so unbedingt sicher ob wir safe sind aber kommen wir hier irgendwo lang ähm nee na guck mal wir kamen da jetzt hoch obwohl da kein äh gelb kein weiß eingezeichnet ist aber nee das ist zu hoch hätte ja sein können nein ein neuer weg was bist du denn ausdauer nachdenken vielleicht fallen wir ins wasser des todes und hoch hoch und runter ach so nee ich dachte jetzt das wäre das dreieck gut dann wo sind wir gekommen von hier ich würde sagen wir versuchen jetzt einfach mal von der anderen seite da hoch zu gehen weil ich gerne ah ich glaube ich sehe das problem ich möchte gerne über die brücke laufen aber ich muss gerade an den weg denken von dem wir runter gekommen sind zu diesem haus da war ja was verschlossen also wir müssen ja hier irgendwo weiter kommen aus den augen aus dem sinn warum müssen es wildschweine sein warum und warum müssen die uns nicht mögen sie sind überlebende wir sind überlebende wir tun uns gegenseitig nichts das wäre doch die beste lösung nicht au wow es hat sogar geklappt das war ein ein fluchtsprung oh hi muss ich ja auch buddeln verdammt komm geh woanders hin da hinten haben wir da ist der olivenhain wir müssen irgendwo da hinten hin ne ach komm schweinchen jetzt verpiesel dich mal aber nicht in die richtung wo ich lang möchte guck mal das ist das andere zeichen oh wir kamen da irgendwie sehr gut hoch kam mir schon fast wie so ne treppe vor so ne so ne rolltreppe im kaufhaus oh nö was ist denn hier los ein schweinchen nach dem anderen ich will ich will jetzt grad nicht die ganzen steine finden ich will zu der brücke wo bin ich hin ich weiß es noch nicht karte wo bin ich hin oh wir haben viel zu viele pfeile warum können 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 die eigentlich nicht gesteckt werden wo waren wir jetzt äh wieso hat er das denn jetzt nochmal abgehakt aufgabenliste hallo kannst du das bitte als aufgabe lassen oder war das ein wink mit dem zaunfall dass ich erst den meme typen finden muss ähm was wollte ich denn jetzt notiz wir stehen hier vor dem äh widder wo haben wir den denn hier ah da oben soll das jetzt der olivenhain sein also müssen wir in die richtung laufen ich hoffe es hat nichts mit dem schlüssel zu tun oder ähnlichem ja ich bin doch schon weg weinchen äh nice huch egal 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 was hier hinter ist uns kann nichts passieren man weiß es eigentlich nie was haben wir denn hier neues dokument tote romanze aufgabe hinzugefügt ich weiß nicht mal wie viel zeit vergangen ist seitdem sie uns entführt haben wir sollten nur ein bisschen relaxen bevor wir nach spanien zurückkehren um das match von unserem lieblingsteam anzuschauen anstattdessen war ich plötzlich auf dem boden eines brunnens getrennt von meiner frau ich habe sie monatelang gesucht aber ich konnte sie nicht finden ich glaube sie ist tot ich glaube dass sie sie umgebracht haben was leia armor bitte verzeih mir ich war nicht da um dich zu beschützen leia armor geht das da wirklich ich werde fliehen und ich weiß nicht wie aber ich werde dann zurückkommen um die ganze insel dem boden gleich zu machen ich habe ein boot gefunden und ich habe es bei den ruinen versteckt westlich vom hohen turm merken in einer einbuchtung an der küsse ich hätte den anweisungen die mir dieses dieser was lunatio über funk gerät gegeben hat besser folgen sollen aber ich würde lieber sterben als ihnen zu gehorchen wir ausländer haben sowas nicht verdient wenn du das liest und du bist auch ein ausländer hier hab mut und gib nicht auf wenn du zu denen gehörst an date aller mierda kann kein spanisch oder was das jetzt sein soll falls ich es falsch ausgesprochen habe so sind wir das ah nee wir haben nur die cappi auf ups ja ich glaube ihr geht es nicht ganz so gut war hier jetzt noch irgendwas nein bitte eine schaufel wir sind im garten was eigentlich ein gutes zeichen ist oder haben wir hier eine mit keine ratte warte ich habe eine schaufel gesehen bevor ich aber irgendeine solche hier durch die ratten kriege kann die schaufel mitnehmen warte ich will mich irgendwo auf den kasten stellen danke bin ich safe okay ich würde sagen schmeißen wir doch erstmal zwei pfeile weg nice ich speichern nochmal sicher ist sicher cool haben wir die doch schon relativ schnell gefunden dann möchte ich diese gerne ausstatten und ich hoffe der reicht jetzt noch für das tor ach shit ich dachte die die schlösser also die ketten an sich könnte man aufmachen nein nein aber wo sollte man denn sonst die schlüssel herkriegen komm lass dich mal raus in dein verderben da rennen ja auch nur zig bekloppte draußen rum aber vielleicht ignorieren sie dich so wir haben die schaufel egal das tor ist mir jetzt gerade wumpe wollen wir doch mal unser erstes fleckchen ausbuddeln vielleicht finde ich ja sogar noch ein anderes wir waren hier wir sind hier hin also wir könnten jetzt auch eventuell eins von den dreien finden laufen wir mal ganz normal zurück könnte ich damit auch hauen gut ich wollte es ja nur mal wissen ne also muss man nicht immer schnell die waffe wechseln ich sehe da hinten nämlich schon ein Schwein lass mich raten die stehen garantiert an den Stellen wo man buddeln muss obwohl das sieht ein bisschen verdächtig aus wieso wird die Musik auf einmal so verdächtig bitte ich war es nicht ach da ja oh cool ach ok der sagt immer nur das könnte was mit der notiz zu tun haben ok also zumindest ist es hier nicht ich weiß man könnte es jetzt wahrscheinlich schneller herausfinden halt wie der tot atme nicht nie habe ich Durst jedoch trinke ich eigentlich der Fisch oder nicht zumindest aufs trinken bezogen kann man das durch die Kiemen atmen nennen eigentlich müsste es der nächste Stein sein oder nicht warte mal der müsste dann eigentlich irgendwo hier querfeldein sein also wenn das jetzt nochmal das richtige Zeichen für Sternkreiszeichen Fische ist I'm not sure ich bin kein Fisch ich habe nämlich eine Stachel da haben wir es ach ich doch wo das Schweinchen in der Nähe ist ach ich muss ja festhalten nicht kann ich das Ding kann ich das jetzt herstellen oder no zum Glück dafür bräuchte ich dann irgendwann Holz das kriegen wir schon hin aber verdammt ich dachte wirklich das wären die Fische weil was sollen die Zeichen sein weil nach oben nach unten der Himmel und wenn wir einfach alles wegbuddeln nein auch hier ja ich bin zwar wütend dass ich es immer noch nicht gefunden habe aber das heißt jetzt nicht dass wir hier alles kurz und klein schlagen ok jetzt sind wir hier sind wir jetzt gleich endlich mal geheilt danke hätte ich mir doch gerade einen Stock aufgehoben für mich zum heiligen Stöckchen ach hier ist wieder die Hütte ne hatte ich nicht hinterm Haus einen Stock gut ich würde mal sagen ich mache mich auf die Suche nach dem Stöckchen damit wir ja uns eine neue Schaufel bauen können und die restlichen Zeichen mal abgrasen können vielleicht wissen wir dann auch irgendwann was gemeint ist und ja wo das Tagebuch ist ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen schaut gerne im Discord vorbei und wenn euch die Folge gefallen hat lasst mir gerne ein Abo da um nichts mehr zu verpassen bis zum nächsten Mal Ciao mit V